Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Münzen der Weimarer Republik. Wir sehen uns heute die 3 und 5 Reismark Gedenkmünzen an, die von 1925 bis 1932 geprägt wurden. Zunächst ein paar allgemeine Informationen. Die Münzen wurden damals in 6 Prägeanstalten geprägt, mit den Münzzeichen A für Berlin, D für München, E für Muldenhütten, F für Stuttgart, G für Karlsruhe und J für Hamburg. Die 3 Reismark Münzen haben ein Gewicht von 15 Gramm, einen Durchmesser von 30 Millimetern, bestehen aus 500er Silber und die Randschrift lautet Einigkeit und Recht und Freiheit. Es gibt ein paar Ausnahmen, diese sind dann entsprechend im Video erwähnt. Die 5 Reismark Münzen, ebenfalls in 500er Silber geprägt, haben ein Gewicht von 25 Gramm, einen Durchmesser von 36 Millimetern und im Regelfall einen gekerbten Rand. Auch hier gibt es ein paar Ausnahmen, diese folgen dann gleich im Video. Von den Gesamtauflagen der Münzen ist heute nur noch recht wenig erhalten. Natürlich wurden die Gedenkmünzen bevorzugt aufgehoben, aber trotzdem rein rechnerisch gesehen, inklusive der Umlaufmünzen aus dem letzten Video, sind von den 5 Reismark Münzen heute nur noch ca. 0,68% und von den 3 Reismark Münzen ca. 2,65% erhalten geblieben. Alle anderen wurden umgetauscht und sind heute nicht mehr existent. Diese Angaben stammen aus dem Jägerkatalog, genauer gesagt aus der 25. Auflage. Beginnen wir auch gleich mit dem Jahr 1925, dem Anfang des Ganzen, mit der 3 und 5 Reismark Münze zur Jahrtausendfeier der Rheinlande. Diese wurde in allen Prägestätten geprägt. Und da haben wir auch gleich die erste Besonderheit beim Rand, denn auch die 5 Reismark Münze trägt die Randschrift Einigkeit und Recht und Freiheit. Im Jahr 1926 gibt es eine Münze, 3 Reismark geprägt nur in Berlin, 700 Jahre Reisfreiheit Lübeck mit einer Gesamtauflage von damals 200.000 Stück. Dann aus dem Jahr 1927 die 3 und 5 Reismark Münzen, 100 Jahre Bremerhaven. Das 5 Reismark Stück ist schon relativ selten mit damals 50.000 Exemplaren, die geprägt wurden und kostet in einer guten Erhaltung auch nicht ganz wenig. Hier eine Besonderheit beim Rand bei beiden Münzen. Die Randschrift lautet hier jeweils Navigare necessit est, was so viel bedeutet wie es ist notwendig zu segeln. Als nächstes die Jäger Nummer 327, 3 Reismark 1927 ebenfalls aus Berlin, 1000 Jahre Nordhausen mit einer damaligen Auflage von 100.000 Stück. Ein Motiv, welches mir sehr gut gefällt und was doch auch ein wenig etwas mittelalterliches an sich hat, so wie es auch gedacht war. Gefällt mir sehr gut, gerade bei dem Exemplar hier im Video ist das wirklich schön anzuschauen. Dann gleich ein weiteres Highlight aus dem Jahr 1927 aus Stuttgart, die 3 und 5 Reismark Münzen, 450 Jahre Universität Tübingen. Beide Münzen ziemlich selten, die 3 Reismark mit damals 50.000 Exemplaren, die 5 Reismark mit nur 40.000 Exemplaren. Und beide Münzen in einer entsprechend guten Erhaltung sind wirklich eine Augenweide. Durch das viele freie Feld, was im besten Fall natürlich unbeschädigt ist, macht das Ganze einen sehr, sehr guten und edlen Eindruck. Und die letzte Münze von 1927, 3 Reismark, 400 Jahre Philips Universität in Marburg mit einer Auflage von 130.000 Münzen, die allesamt in Berlin geprägt wurden. Aus dem Jahr 1928 beginnen wir mit der 3 Reismark Münze zum 400. Todestag von Albrecht Dürer mit einer Auflage von nur 50.000 Stück. Hier haben wir eine abweichende Randschrift, diese lautet, ehrt eure deutschen Meister. Dann noch einmal 3 Reismark von 1928, 900 Jahre Naumburg an der Saale mit einer deutlich größeren Auflage, 100.000 Stück. Das Motiv zeigt Hermann I., Markgraf von Meißen. Dann kommen wir zu einer recht teuren Münze, 3 Reismark 1928 aus München, 1.000 Jahre Dingelsbühl mit nur 40.000 Exemplaren. Zu sehen ist dabei ein Stück der Stadtmauer und darüber ein Dingelbauer mit Ehren und einer Sichel. Gehen wir ins Jahr 1929 mit den 3 und 5 Reismark Münzen zum 200. Geburtstag von Gotthold Ephraim Lessing. Die Münze wurde in allen Prägestätten geprägt, wobei sowohl bei der 3 als auch bei der 5 Reismark Münze die Auflage in Berlin am höchsten ist und in Karlsruhe jeweils am geringsten ist. Hier eine Besonderheit, denn die 3 Reismark Münze hat auch einen gekerbten Rand mit 140 Kerben. Dann als nächstes 3 Reismark 1929 in Berlin geprägt zur Vereinigung Waldecks mit Preußen. Die Auflage hier beträgt 170.000 Stück. Zu sehen ist der preußische Adler, der das Wappen von Waldeck in seinen Fängen hat. Wir machen weiter mit der 3 und 5 Reismark 1000 Jahre Burg und Stadt Meißen. Diese wurden nur in Muldenhütten mit dem Münzeichen E geprägt. Zu sehen ist auf dem linken Schild der Löwe der Markgrafen, auf dem rechten Schild das Schrägkreuz der Burggrafen von Meißen. Darüber ein Baldachin, der die Türme der Stadt Meißen symbolisieren soll. Dann die letzten beiden Münzen aus dem Jahr 1929, die 3 und 5 Reismark zum 10. Jahrestag der Weimarer Reisverfassung. Einerseits zu sehen die Schwurhand und Paul von Benneckendorf und Hindenburg, der am 2.8.1934 in Neudeck in Westpreußen verstarb. Dieser war dann vom 12. Mai 1925 an Reichspräsident der Weimarer Republik. Hier freue ich mich ganz besonders, euch auch eine 5 Mark Münze in polierte Platte zeigen zu können. In einer wirklich sehr, sehr schönen, sehr guten Erhaltung. Und was soll man sagen, solche Münzen aus dieser Zeit sind einfach etwas Tolles. Wo ich sage, eine ganze Sammlung muss man davon nicht haben, aber um auch so etwas belegen zu können, ist es toll, solche Stücke einmal zu sehen. Wir machen weiter mit dem Jahr 1930 und zwar mit der 3 und 5 Reismark Münze zum Weltflug des Graf Zeppelin 1929. Dabei ist das Zeppelin vor einer Weltkarte zu sehen, welches nach Osten hin fliegt. Auch diese beiden Münzen wurden wieder in allen Prägestätten geprägt. Dann haben wir eine einzelne 3 Reismark Münze zum 700. Todestag von Walter von der Vogelweide. Diese ebenfalls in allen Prägestätten geprägt. Und in einer guten Erhaltung ist diese Münze wirklich eine sehr schöne Ergänzung. Kommt auch wirklich toll zur Geltung. Dann kommen wir zur 3 und 5 Reismark Münze zur Rheinlandräumung. Diese beiden Münzen wurden wieder in allen Prägestätten geprägt. Mein Ziel ist es hierbei von der 5 Reismark Münze einmal alle 6 Prägestätten in der Sammlung zu haben. Damit bin ich jetzt auch so gut wie fertig, wenn ich gerade diesen Text hier einspreche. Dann als nächstes eine Münze, die es auf meinem Kanal schon einmal zu sehen gab. Die 3 Reismark von 1931 geprägt in Berlin zum 300. Jahrestag des Brands von Magdeburg. Mit einer Auflage von 100.000 Exemplaren. Denn Magdeburg wurde damals im 30-Jährigen Krieg gestürmt. Wobei ein Brand ausbrach, der fast die ganze Stadt in Schutt und Asche legte. Und damit hat man diesem Ereignis, denke ich, doch ein würdiges Gedenken gesetzt. Die nächste Münze noch einmal 3 Reismark zum 100. Todestag des Freiherrn von und zum Stein. Dieser wurde am 26. Oktober 1757 in Nassau geboren. Und starb am 29.06.1831 auf Schloss Kappenberg in Westfalen. Jetzt kommen wir wohl zum Highlight einer Weimar-Sammlung. Wenn man nicht etwas ganz Spezielles im Bereich Fehlprägung oder ähnliches hat. Und zwar der 3 und 5 Reismark Münze zum 100. Todestages von Johann Wolfgang von Goethe. Die 3 Reismark ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Die Auflagen sind noch ganz moderat. Und da diese Münzen in allen Prägestätten geprägt wurden, kann man sich diese durchaus leisten. Aber jetzt kommt der Hammer des Ganzen. Und ich freue mich riesig, dass ich euch diese Münze hier zeigen kann. Für alle die, die meinen Kanal schon länger verfolgen, sei gesagt, dass sich diese Münze nicht in meiner Sammlung befindet. Aber wie auch die 50 Reispfennig aus dem letzten Video, konnte ich diese für euch organisieren. Auf jeden Fall hier eine waschechte 5 Mark Goethe. Das Besondere hierbei, die Auflagen der Münzen insgesamt sind schon sehr gering. Allerdings habt ihr hier ein Münzzeichen D, also die Münze in München geprägt, mit einer Auflage von nur 2812 Exemplaren. Also wirklich eine absolute Kleinstauflage. Wir können das Ganze ja gerade mal kurz durchgehen. Also hier schon mal die zweithäufigste dieser Münzen und trotzdem mit einer so geringen Auflage. Wer weiß, wie viele Münzen noch so gut erhalten sind wie diese. Was kann man abschließend über die Gedenkmünzen sagen? Sie sind auf jeden Fall ein reizvolles Sammelgebiet. Sie bieten tolle Motive, meiner persönlichen Meinung nach. Die schönsten Motive, die wir in den letzten 150 Jahren auf Münzen so gesehen haben, von meinem persönlichen Geschmack. Direkt danach kommen für mich die DDR-Gedenkmünzen. Aber ich muss trotzdem sagen, dass die Weimarer Münzen nochmal einen ganz kleinen Ticken schöner sind, detaillierter sind, besser gestaltet sind, mir die Motive einfach besser gefallen. Damit sind wir jetzt komplett. Sowohl die Weimarer Kursmünzen als auch die Weimarer Gedenkmünzen konnte ich euch heute hier präsentieren. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich fürs Zusehen. Wie gesagt, das Kaiserreich-Update, das wird in nächster Zeit folgen, wird aber noch ein paar Monate dauern. Das ist nochmal ein ganzes Stück Arbeit, da die Bilder ranzubekommen. Da muss ich nochmal einige Kontakte bemühen dafür. Auf jeden Fall freue ich mich erstmal, dass diese beiden Teile jetzt aktuell sind. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.